Ok Sooo, da sind wir wieder! Bei 4! 5, 6, 7, 8, 9 Hallo! Und es wackelt zwischen 30 und 29 FPS um. Oh mein Gott! Nein, okay. Wir werden sterben! Das ist ja nicht schlimm dann. Ne. Wir müssen hier irgendwie weiter, oder? Wir sind gerade in der Stadt. Alma hat ihre Wehrungen und tötet die... Oh, genau. Krach einfach unter mir ein Boden. Kein Problem. Fall einfach mal runter. Es war ne geile Aktion, Samuel. Absoluteres Geck. Ich wollte gerade unter dem Bus durchkriechen und ich stürze auf einmal ein. Was soll ich mir denn dabei denken? Dann kriegst du nicht einfach unter... Wir müssen durch. Na, das hast du auch gerade mal auf das Haustür gesehen. Ja, das hat man auch nochmal bei mir gesehen. So, jetzt sehen wir hier nochmal den Schrei von Mama. Hammer! Slow Motion! Nöööö... Und wo lang mussten wir? Da lang. Ja. Da ist es eingebrochen, ne? Ja, und jetzt kommen wir da rüber. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Äh... Hi. Was ist das da oben? Mama mit Blähungen? Äh... Äh... Schwangerschaft? So sieht das im Bauch eurer Mama aus. Wenn sie mit euch schwanger ist. Genau. Genau. Und da ging auch ne Stadt zu Bruch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wir kriegen einen Bruder! Aber ich mag den Bruder jetzt schon nicht Weil er wird uns jetzt schon büten Ich rutsche aber noch genau rein Ich bin genau reingerutscht Das hätten sie auch ein bisschen anders machen können Mama schrei Slow motion Oh Mama Wer kann nur ne Schwester sein So gerubbelt wie die macht Nein Wir sind ja auch Brüder Wir sind durch den Seelenband verknüpft Wir sind jetzt im Gleichstand Was Ruhmbeifahren angeht Schrei Mama Wie oft haben wir den Schreit schon gehört? Super Ich mag den Schreif von Mama nicht sehen Das ist hässlich Genau So und da rüber Wow Nur mal das Haustier Alter Ich hab Angst Da bricht ein So dabei der Kiste bricht ein X-Ray 1-4 Rastafel 4 Romeo Sauber Keine Überlebnisse Pass auf Rastafel 5 Sierra ist eh zu sauber Kinder zu den Transportern zurück Was haust du hier? Ja bei mir läuft es immer von der Schnauze Oh das geht sogar Hier ist der andere Und da ist ein Arm Sehr komischer Market Oh ich hab schon eine Migräne Oh Mann Äh Ja da ist es Au Das attackiert mich Ich hab's voll Alter Ich glaube das will uns gerade auch wirklich töten Ich höre mich Du bist wie Okay Das nächste Mal kommen wir euch nochmal an Wo bist du? Komm her Du bist wie Jetzt muss es kommen Sehr schön Aber es klappt für dich an Wow Oh ihr durch die Wand Nee Das stand hinter dir Nein Nein Steht hier an der Wand bei mir Nee Bei mich sonst hinter dir Ich hab wenig Munition Ich hab unendlich Jetzt lass dich doch Lass mal mein Bruder in Ruhe Hi Boah der Mundgeruch Oh der hat dich runtergeschmissen Ins Feuer Ja Hi Hi Mama Na du Mama 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 Hi Mama Oh Mann Warum muss ich Mama immer auflösen? Weiß ich nicht Vielleicht ist ihre Auflösung nicht richtig Genau Ja Ja klar Achso Oh nein So ein blauer Typ Ich halte ihn Ich halte ihn Ich mach ein Hältchen halt mit ihm Keine Munition Keine Munition Ich hab keine Munition Ich hab keine Munition Händchen halten Du bist ein Mongo Keiner mag dich Stirb Geh dich erhängen Okay Ich hab mir zu viel auf mich reingeschossen Aber sein Schild ist da Ja Und er ist auch da Hilfe Slow-Mo und retten wir am besten Äh geht So Das war doch Das war notwendig Ja dann haben wir nicht schön ausgeschaltet Der hat uns nicht lang Genervt Ja Das hat er noch Riesenprobleme gemacht Wahrscheinlich letztendlich So was gibt's denn hier Schönes? Uh Was ist das Neues? Oh Williges Spielzeug Oh da oben kommt wieder so ein Kampfroboter Können wir weglasern Ach das ist ein Laser Lol Au Hilfe Komm her Oh Gott Komm her Was gehst du auch weg von mir? Du bist weg von mir gegangen Ich weiß Ich steh immer noch bei den Lasern Mein Körper ist geplatzt Oh Die Blase muss platzen Die Blase muss platzen Aber hoffentlich nicht die von Mama Das ist immer ein Problem Oh Was macht denn der hier? Oh Aua Help Ist gut Ist nicht gut jetzt gerade Ich krieg einfach Oh Gott Krieg um dein Leben Das ist ein Laser Alter Krieg um dein Leben Komm her Komm her Komm her Steh auf Steh auf Steh auf Bitte Wo ist er denn? Oh der ist hier Hier um uns Hi Na Bernd Wie geht's? Bernd? Ich hab ihn Bernd getauft Das ist ein schöner Name Danke Ha Granate in your face Bei mir auch Also von mir hat er auch eine An sein Face bekommen Äh du Warum kann der springen? Weil er Beine hat Ja aber der Meiner konnte nicht Alter Darfst du springen Verdammte Scheiße Konnte das auch nicht Gibt's hier noch Menschen Die ich übernehmen könnte? Ich hab eine MP-Granate Okay MP Ich hab Hände Erst gestern Drauf, drauf, drauf Dann dabei MP Kaputt Sput So nenn ich den da Pam Ich hab den auch ausgeschalten So wir haben es geschafft Das sind ziemlich Würde ich mal sagen So ziemlich Bis auf die Tatsachengedanke Da müssen wir lang, oder? Ich geh doch mal vor Danke Geh ich Hi Huch, mein Körper ist geplatzt Reichenhaufen Weiß kaum, aber die gefunden ist Die zwei Sekunden später wieder weg Ja ne Besonders nur von so einem Heimischen Weggerissen Ja Sie gehört nicht zur Familie Lass sie zurück Sie gehört nicht zur Familie Bruder Mama Luigi Sie gehöre dir nicht zur Familie Schalte sie aus Lasse sie einfach zurück Hey so, guck mal Hey Duda, du hast es aus Als hättest du Würdest du es aushalten Sehr gut Du hältst das aus Ist der blaue Strahl von dir? Ja Gut Den Körper möchte ich nämlich Doch mal ein bisschen länger behalten Ich will nicht so unbedingt Alle zwei Sekunden Mein Körper verlieren Ich hab generell nur einen Irgendwie stammt der Strahl nur Ja, aber er tötet mich recht schnell Aber ich töte recht schnell Zitter 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 Hihi 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 Hat er eine Waffe? Oh, Schildtypi Schnell, ich hab die Schildtypen aus Das stand sie gerade Ja, schnell ist gut Ich muss, dass wir hinter sie kommen Okay, wir hinter ihr Ja gut, jetzt hat er sich mit mir mitgedreht Sehr gut Jetzt Ich hab ihn zweimal in sein Fleisch geschossen Und seinen Fuß weggeballert So, jetzt kann ich Waffe wechseln Und zwar auf Fucking Duels Haha Hi 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 Zombie mit Schild Ja, ich tu mal wieder kurz eingeben Okay Look at my Schild My Schild is amazing Das ist noch eins Wenn du auch eins möchtest Oh ja Ich würde es dir auch vorschlagen Oh ja So, let's go Wo lang It's a me Schild, Mann Schild, Mann Schild, Mann Ich bin ein Cooper Eine Schildkröte Wo ist denn mein Schild jetzt gerade? Da am Boden Oh Du hast es spontan weggeworfen Ich auch Wir sind beide gerade eh umgefallen Hey, mein Schild war wieder da Und jetzt ist es wieder weg Und jetzt ist mein Bild schwarz Meins auch Und jetzt ist es Rot Was ist hier gerade passiert? Weiß ich nicht Scheinbar ist irgendwas eingestürzt Hey, mein Körper ist wieder weg Aber ich kann mich nicht bewegen Ich auch nicht Schild Mö, ich kann mir eins nicht nehmen Ich schon Tihi Dahinter liegt Zeug Du hast ein Körper Sorry Ach, guck mal Das kann man aufbrachen Was liegt hier? Äh, nichts Nur Gewehre Okay Ich hab ein Schild Ich bin Panzer Oh nein Lass mich halten Ich kann das Schild Ach, ich kann aber wirklich Ich höre immer noch nicht meine Schüsse Hörst du deine Schüsse? Nein Äh, ich krieg gerade Steine auf den Kopf Au Du warst ja, wenn er vom Stein getroffen wurde? Ja Nur ein bisschen Achso, da bist du ja Hi Ich hab nur gesehen Wie hier einer verschlagen wurde Ich höre gerade gar nichts Ich bin so taub So halb Ich auch Ich würde gerne Körper einnehmen Dankespiel Gott Gott, wie top ich bin Ist das ein Spielelement? Ich glaube Wäre schlimm, wenn nicht Ja Ah Wohin? Ah Von hinten, von vorne, von der Seite Da kommen überall Steine Stein, da man So Du stirbst Und du stirbst Da liegt mir die Waffe, die ich bereits habe Da liegt eine schöne Waffe Sehr gut Und da liegt noch eine schönere Waffe Schneipo Pam 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 Oh, danke, das war ich Wann, das war ich Ich hab dich nicht getroffen Weißt du Ich hab das genau gespürt Oh, du liegst da Ja, ich wollte gerade sagen Müsst du mir mal hochhelfen, bitte Dankeschön Hätte ich gewusst, dass du da liegst Hätte ich dir schon länger hochholfen Da sieht man ja nicht, so ein Typ, der am Boden liegt, ne? Ne Ich hab noch fünf Sniper-Schuss Hi Pam Oh Ich hab gleich in deinen Rücken gerade reingeschossen Ja, hast du Man rennt halt nicht so vor Wir sind keine Nahkämpfer, wir haben Gewehre Ja, bei Nahkämpfern ist man lustig Oh, ich hab' Der Ton geht wieder Toller Aufzug Der Stuhl muss raus Der Stuhl muss weg So Aua Sorry Ich glaub, wir müssen hier nicht rein Ich glaub auch Geht der? Wie bist du da rübergekommen? Spum Achso Man kann springen Ja Oh, mein Lieblingsgewehr Körper platzt Und alles wackelt Ich seh da vorne eine Verkörperung von Alma Schwanger Papa Was geht? Mama Und das war Papa Da war Mama Mama trägt Klamotten Papa ist ja der nackt rumrennt Nein Sehr genau Äh, hi Weil die Beine abgefallen Sehr realistisch, Leute merkt euch Wenn ihr brennt fallen eure Beine ab Du hast doch drauf geschossen Ja, aber aufmarm Achso Warte auf andere Spieler Uh Oh Du 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 dir ja der ist schön tut leute back bei mir in der ecke müssen übernehmen ja wenn ich ihn zum krieg verpacken kriege du musst du musst dich nicht mehr so ab wir haben ich dort noch ein bisschen was übernehmen kann aber ich bin schon mal ein paar mal hoch oder dreht sich instant um ok ich glaube ein bisschen vor ihm weg jetzt hat kann ich drei zwei zwei das ist auch so ein schild typen und ich nehme die schrotflinte bei mir sitzt er hier in der ecke voll episch wer der hier der schildmann das ist hier in der luft ein haufen fleisch voll chillig okay dass du aufnimmst ja wo lang da lang es ist es sieht so lame aus ganz langsam durchgehen schon ihre waffe vorher wegstecken wir mussten ja muss man alter der stein gott die ganze stadt fliegt in die luft wo kommt er denn hier stand da was machten der da versuch machen wir müssen schon wieder die beine abgefallen nee das war ein anderer der kommt ins zelt ich brauche unbedingt mehr seelen ich brauche unbedingt weniger kugeln im gesicht das ist zusammengebrochen hier draußen so gut also wo lang hier durch dahinter irgendwo hier durch hier hinten hier hier wo ah da einfach durch den gleichen container super 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 ja klar kann da einfach durchwende gehen ich gehe einfach hinterher ich habe nichts getan toll nur nicht du soll doch so lange da rein halt 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 hier ist noch so der äh megaman will sie den nicht mehr töten Wenn du Granaten auf ihn wirfst, sag mir bitte vorher Bescheid, dann kann ich auch weggehen. Schmeiß Granaten auf ihn. Aua, ich bin umgefallen. Ja, ist schlecht. Der ist doch weggegangen. Nehme grad den Aufgang. Der ist doch weggegangen, rette mich doch einfach. Achso. Was ist denn... Okay, lauf weg. Nein, ich bin umgefallen. Boah, weil er hinter dir ist. Hast du Zeitlupe? Ja. Okay, dann mach mal. Aber nicht mal viel. So, hat schon gereicht. Ja, geh nur wieder in deinen Wandschrank rein. Ich hab wieder Granaten, ich hab wieder Granaten. Ich hab was viel Poleres. Komm zu mir, komm zu mir hinter, komm zu mir hinter. Ich hörf ihn fast auf sein Gesicht. Lock ihn heraus. Schön ist was weg, den ist ein schönes was weg. Wo ist er? Wie ist der, da, da. Der blützt sich gerade. Ich weiß, wir müssen ihn hierherlocken. Ich will ihm das Fass ins Gesicht werfen. Der ist doch wieder an seinem Ding, der muss zu dir kommen. Wo ist er? Einfach hier kämpfen, bis er wieder herkommt. Genau, wir kämpfen jetzt hier. Kämpfe gegen... Hinter dir! Sehr schön. Sogleich wird er an seiner Wand verzogen. Braucht dringend Munition. Warte! Ich hab seinen Körper. Ich hab den Körper. Ja! Alter! Dada, dada! Fremdkörper entdeckt. Pacing-System offline. Oh. Konntest du denn nicht übernehmen mit unserem Schild? Ich kann ja nicht mehr teleportieren. Boah, ich sehe alles. Hier ist alles markiert, jeder Feind. Hier ist noch einer. Wie awesome ist das, Dustin. Ich kann mir einfach voll niederballern. Alter, wie geil ist das denn? Jetzt geht die Party ab, Alter. Ja, und ich bin aber... Ab geht die Party und die Party, jeder. Ich bin aber bald aus dem Körper draußen, wenn es so weitergeht. Wir haben hier noch einen Körper. Und wir sind lauter sehen. Ich tue dir einen nach dem anderen. Achso, die brauche ich ja. Dann komm her. Ich sehe, ich habe hier so einen Sensor. Ich sehe die durch die Wände. Ja, dann komm zu mir. Ich bin fast tot. Achso, du bist... Du am Sterben. Ja. Kampfroboter, hilf dir! Du hast dann Säma langsam ablaufen. So, jetzt geht er die Säen holen. Ist schon voll. Okay. Und das fette Gewehr ist auch geil. Bäm, Bäm. Ach, hinter mir ist einer. Pam, 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 pam. Bäm. Jawoll. Jetzt kann ich ihn wieder übernehmen. Aber ich habe ja schon meinen Körper. Einfach töten. Und Selbstzerstörung. Au! Ich habe ja gesagt, Selbstzerstörung. Ja, also tot war. Oh Mann, ich bin tot. Brauchst du es sehen? Ja. Da kommen welche gerade? Ja, das wäre schon. Alter, wie opet deine Waffe? Du hast die Nagelpistole. Oh. Wie außen? Du hast den Nagelwerfer. Das ist noch einer von der Sorte. Na ja, klar, das ist nicht der Einzige, der hier kommt. Das ist nicht der Einzige, der hier ist gerade durch die Wand gelaufen. Ach du, hinter dir. Ich wollte mich gerade schon beschweren, wo ist denn? Ja. Dreht mich heute noch. Komm. Ich kann auch hier. Pam. Ich verprügel den. Geh weg, geh weg von ihm. Er sprengt sich gleich. Geh weg. Gut, passt. Staub, Volker. Der mit deiner Seele. Es lebt noch einer, ne? Echt? Ja, ich kämpfe gegen den kämpfe ich gerade. Ich pfeffere den gerade ein Nagel nach dem anderen in seinem Schädel rein. Die Nagel ist so, die habe ich einen 4-1-Zug geliebt. Oh, das geht ja wieder durch die Wand. Ich brauche normale Gegner, ich brauche, es gibt keinen normalen Gegner mehr, es gibt nur noch ihn. Da müssen wir schauen, dass man so, da war er gerade. Ja, ich weiß, ich sehe, er durch Wände, wo er ist immer. Da ist noch, da ist noch, ne, das ist dann festgenagelt. Nein, ich habe meinen Körper verloren. Okay, wir müssen warten, bis wir ihn töten. Ich will den Körper wieder übernehmen. Oh, das ist auch eine Nagelpistole. Gut, er ist schon aufnehmbar bereit hier. Ich muss nur warten, bis ich, ja, ich kann noch nicht, ich muss kurz warten, wir müssen noch kurz warten. 10, 20 Sekunden, gehen wir einfach weg. Da steckt dich, ich passt schon auf ihn auf. Ich kann ihn alle paar Sekunden hochheben, ist ja nicht das Problem. Nagelpistole. Mit über 90 Schuss, Alter. Er ist nochmal durch ein Portal gegangen, aber er ist bei mir, er ist von mir. Okay, warte, ich kann ihn, ich kann ihn nehmen. Nice. Sind wir mal ein, ich pass auf den Crypts. Ne. Achso, hast du. Ja, dann machen wir auf, du. Klar, sie kann die Runde. Wie groß du bist? Dün, dün, dün. Oh. Oh, in der schöne Körper. Sind meine 20 Minuten oben? Das meint ich. Oh. Was meintest du? Diese schwarze Wolke ist tödlich. Okay. Du hast mich einfach weggeschubt. Ja, sonst ist der schlagen worden. Warte, warte, ich bin schon da. Bitte schön, komm jetzt, wir müssen los. Weißt du, von irgendwas mit Grabenbordeln. Ja, ja, komm mal, wir müssen los. Bin ich jetzt die Tussi? Nein, Quatsch. Bitte. Du lebst ja noch, du bist dein Geist. Ja. Ghostbusters. Ghostbusters. Wir wollen aber unsere Schwester haben. Ghostbusters. It's something strange. In the name of you. Who are you gonna call? Ghostbusters. Yeah, Level zu Ende. Du hast jetzt Vettel für diese Mission freigeschaltet. Yeah, Vettel. Gut, war es mein Part, oder ja? Ich denke schon, dass es wieder 20 Minuten waren. Würde ich auch mal sagen, ja. Dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt wieder zu mir. Jupp, und wir sehen uns bei ihm. Ja, tschüss. Tschüss.